20 Altenheime erhalten gleichzeitig Auslauf und blockieren die gesamte Straße. Rentner feiern restgestresst beim Lichtenhainer Blumenfest. Das Altenheim will seine Rentner zurück. Beschaulich, ländlich, original Lichtenhain. Stundenlange Straßenblockade durch verwirrte Rentner. Schlechte Organisation. Schlechte Veranstaltung. Einfach schlecht. Macht die Straße auf und schickt die Rentner ins Altersheim. 5 Sterne plus für die schöne Weihnachtspyramide. Diese haben die fleißigen Vereinsmitglieder gebaut. Das war eine gelungene Überraschung. Hut ab für diese tolle Leistung. Ganz, ganz fein gemacht. LG, Walla was ein unkontrolliertes Gestikulieren.